Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Tina und dem Marc auf der alten Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr spannende und aufregende Runde. Aber bevor es losgeht, ich habe für meine lieben Kanalmitglieder noch etwas. Und zwar kann man ja eine Kanalmitgliedschaft machen. Das kostet ein bisschen Geld und deswegen möchte ich euch doch entlohnen, beziehungsweise einen von euch entlohnen. Und zwar hat Holy Energy eine neue Special Edition für 9 Tage, glaube ich, rausgebracht. Die gibt es tatsächlich nur 9 Tage lang. Und zwar heißt die Bubblegum Butterfly. Das ist diese hier. Und dazu gibt es natürlich noch einen Shaker. Das Ganze hat einen Wert von über 40 Euro. Und einer von euch kann das gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, einfach Kanalmitglied sein. Und dann ziehe ich morgen oder übermorgen im Video einen von euch. Und für alle anderen Abonnenten, morgen gibt es noch ein Holy Gewinnspiel. Freut euch drauf. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein. Viel Spaß. Auf nach Lock Bay. Nach Lock Bay? Auf nach Lock Bay. Er ist doch nicht das Feuerwehr? Äh, Pitching? Jo. Hm. Könnte vielleicht wirklich Lock Bay. Ich glaube eher Blind Shit. Healing? Jo. Oh, war nur die Schulter. Und so? Ja, ne? Ja. Hm. Direkt am Klo. Einen hab ich. Da vorne. Hat Hit. Mann, er... Oben im Haus ist einer drin. Scheiße Tina, ich kann dich ja gar nicht holen wegen der Miete. Einen hab ich. Oh! Hab ich mir erschrocken, Alter. Sehr nice, sehr nice, Jan. Der war schön, ja. Da ist noch einer. Ja, ja, durch den Schlitz. Warum ist denn da noch einer? Das ist der dritte von denen. Mach mal deinen Ping weg. Ich seh nix. Ey, mein Ping ist doch neben dem... Die haben den einen, den ich hier erschossen habe, wieder aufgehoben. Mann, ich bin einfach heute ne Wurst. Ja, du warst aber eben drauf. Bei mir. Oh, Mann. Volle Kanne. Oh! Auf'm Balkon. Mann, fall mal um jetzt! Ich hab keinen Bock mehr. Sorry, aber mich fuckts grade ab. Der hat doch noch was zum Durchgucken. Pass auf. Nein! Oh! Oben auf'm Balkon. Ah! Passt nicht. Wie weit bin ich denn? Ah, 35. Ach so, ich gehst du. Kannst mich holen, du bist ja rund. Ja, ich hol dich. Ich bin halt safe dahin. 50er verloren. Der hat ihn geholt hier neben mir. Ach du Scheiße. Schön. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich hab keinen Bock mehr, dass er den aufhebt. Hm. Oh, der ist ganz weit weggelaufen. Ja, der hat halt die Lebell Meisterschutz. Oh, Nate. Soweit. So weit ist er dann doch nicht weg. Der ist hier hinter irgendwo, oder? Mhm. Keine Ahnung. Kannst dir nicht sagen, wo er ist. Oh, ich hab ihn gefunden auf der Mauer hinten. Ähm, Osten. Hä, wie kommt er denn da so schnell hin? Oh, keine Ahnung. Das müssen noch zwei sein. Oh, warte mal. Hier ist Heilung. Manu. Der Clou leuchtet rot. Ich glaube, unten kann es sein. Ui, der hat neben mir gestanden. Der hat neben mir gestanden. Nochmal rot. Komme. Ist wieder nicht mehr rot? Hier hinter der Mauer. Gerade durch beim... Ja. Wo? Ähm, hinten am Baum. Hinten durch. Was ist das für eine Runde, ey? Der Typ ist so krass mit seinem Doppel-Uppercut, ist mir ein Rätsel, wie man damit so präzise schießen kann. Ja, wenn du das nur spielst. Zum Beispiel. Dann kriegst du das auch hin. Ähm. Ähm. Danke. Bitte. Ich sehe ihn nicht. Tina, hier liegt meine Muni-Kiste. Jan. Ähm. Ja, alles gut. Ich bring dir mal ne Lampe. Ja. Wollte grad sagen. Lass uns den mal verbrennen. Der ist hier hinten bei dem anderen. Da, wo die Stacheldrahtbombe ist. Verbrenn den mal. Wo denn? Direkt hier vor uns. Da läuft er jetzt an der Mauer. Ne, du hast ja hier hinten noch einer schossen, oder nicht? Jaja, da am Clou. Direkt am Clou. Hinterm Baum, Tina. Achso. Nicht gesehen, sorry. Sorry, ich dachte du wüsstest. Ich hab ihn jetzt wieder aus dem Blick verloren. Da, auf dich. Hab ihn. Nice. Oh Mann ey. Tatsächlich Locked ey. Der hat, wow. Der hat richtig krasses Movement gehabt. Alter, wie das. Wie schnell der immer irgendwo war, ne? Doppel-Uppercut und Lebell-Heckenschütze. Wollen wir hin? Ja, ne? Ich hab halt nur noch 100. Aber scheiße. Ich hab halt keinen Schuss mehr für die Lebell. Der hinten hatte eine Lebell am Baum. Ja, aber der hat auch nur noch die Schuss, die er in der Waffe. Dann hab ich jetzt die Heckenschütze mitgenommen. War nicht so schön jetzt, aber ja. Leeres Gewehr bringt halt noch weniger. Hier zum Feuerwerk. Ich komm mit. Was hier auf dem Bötchen? Ja. Ja, auf dem einen Boot muss es sein. Ich möchte auch Feuerwerk. Da? Ich hab schlechte Laune. Willst du das zünden? Nein. Du darfst zünden. Ich guck zu. Very sexy. Tor geht auf vorne. Ach du Schande. Hat Hit? Das ist ein Zombie. Ach man, dann hat der ihn mit. Ah Jan. Mann, nimmst mir die letzte Hoffnung. Hör mal auf jetzt damit. Zut mal lieber das Feuerwerk. Ja, warte doch mal. Ich muss erstmal hin. Weiß nur noch nicht wie. Ich hab mich so gefreut. Das ist ein Zombie. Da ist es. Da vorne, okay. Genau. Pinker bei dem Boot. Da komm ich niemals lebend hin, Leute. Dann lass es am besten. Die Tür ist zu. Verriegelt. Happy New Year! Yay! Ist es schon wieder soweit. Schlechtes Altes. Prost Neues. Prost die Katze. Prost die Katze. Ich seh gar keinen Feuerwerk. Da ist die. Ja. Da war die Katze. Der ist von mir vorbei gelaufen. Null. Info, Tina. Der ist über mir. Der ist direkt über mir. Ist jetzt wieder, glaub ich, reingelaufen ins Haus oder so. Also auf jeden Fall seh ich ihn von hier nicht mehr. Was war das denn? Warte mal Ruhe bitte. Ich hör Wasserschritte. Matsch. Direkt neben mir. Oh der hat ne. Der hat irgendwas messermäßiges. Ähm. Ich muss hier mal raus, Leute. Das ist ja alles von der Zombie. Der stirbt nicht. Hallo. 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 Ich bin tot. Ich bin tot. Einer nur noch. Hä? Der ist umgefallen. Es muss ein Chinese sein, Leute. Muss ein Chinese gewesen sein. Der ist umgefallen und dann hat er es geschossen mit seiner Kacke. Ja. Ist klar. Dort hab ich mich verjagt, als er nicht vorbeigelaufen ist. Ja, ich würd ihn nehmen. Ich würd ihn nehmen. Muss ein Chinese gewesen sein. Äh, Zeppi? Jo. Ui! Ui! Hallo. Du hast ihn an mir vorbeigeworfen und äh… Ja, ja. Neben rechts an dir vorbei. Was für eine Runde. Ich habe leider die Endauswertung nicht aufgenommen. Total blöd, weil ich da nicht gestreamt habe. Es war auch, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht gestreamt habe, weil ich hatte ultra schlechte Laune. Ich hatte so schlechte Runden davor. Wir haben so auf den Sack bekommen und speziell ich habe so böse auf den Sack bekommen. Egal, wo ich geguckt habe, ich habe sofort einen Headshot gekriegt. Die Runde war jetzt mal eine Ausnahme und danach kamen noch zwei, drei Runden, die waren Ausnahmen. Die eine habt ihr sogar gesehen vorgestern. Oder gestern, ich weiß, gerade gar nicht da, wo wir keinen Zombie und sowas machen durften. Ja, der eine war tatsächlich ein Chinese. Habe ich mir aber fast gedacht, weil der ist umgefallen und dann hat er mich noch erschossen. Super, super ärgerlich. Ich hasse sowas. Es gibt so viele Chinesen momentan auf der Map. Das ist echt schrecklich. Ich weiß nicht, warum Crytek den Ping nicht ein bisschen runtersetzt. Das weiß ich, ab 150 Schicht im Schacht ist. Da können meinetwegen noch ein paar Amis oder so abends drauf oder mittags. Aber die Chinesen mit 200er Ping noch nicht mehr, weil das ist echt anstrengend, wirklich. Du schießt dir eine ab und du triffst einfach nicht oder die fallen nicht um, weil du die genau getroffen hast. Aber da sind sie bei sich noch gar nicht an dieser Stelle, wo du hingeschossen hast. Und ultra nervig. Aber so ist das halt manchmal. Der eine Kill, den Tina gemacht hat, der war ja sensationell. Der ist einfach an ihr vorbeigehüpft und sie konnte ihm den Rücken schießen. Ich musste mich so kaputt lachen eben im Schnitt. Unfassbar. Einfach an ihr vorbeigehüpft und ja, mega krass. Marc schrie noch, Tina, da pusht dich einer. Aber der wollte gar nicht pushen. Der hat sie gesucht und hat sie nicht gesehen. Mega krass. Der hat Marc auch sensationell gemacht. Richtig, richtig gut gespielt. Und war doch eine sehr lustige und erfolgreiche Runde. Auch wenn ich so schlechte Laune habe. Es tut mir so leid. Ja, jetzt denkt an mein TeamSpeak. Das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, Root Server, Games Server, Web Server etc. sucht. Seid ihr an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Wisst ihr Bescheid. Da gibt es ja auch das Gewinnspiel. Heute nur für Kanalmitglieder und morgen für alle Abonnenten. Da habe ich auch was Schönes für euch, wenn ihr Bock drauf habt. So, und jetzt sehen wir uns heute Nachmittag ab 14 Uhr oder morgen 9.30 Uhr, nächstes YouTube-Video. 14 Uhr natürlich auf Twitch, 1049.de wie hier. Und dann sehen wir uns. Hot rein. Tschüss.